Ja, also was soll ich erzählen, was im Herdfeuer DLC ein bisschen anders ist? Leute, die... Dragon Age wollte ich schon sagen. Leute, die Skyrim kennen, wissen das ganz offensichtlich. Und zwar gibt es Gegenden, in denen man keine Wohnung, kein Haus erwerben kann. Und im Herdfeuer DLC kann man stattdessen jetzt dort ein Grundstück erwerben und ein eigenes Haus drauf bauen, was ziemlich cool ist. Und kann dort dann mit seiner Frau einziehen oder alleine leben oder ähm, unter anderem jetzt auch Kinder adoptieren. Die nächste Neuerung. Und sonst Joa. Eigentlich nicht viel Neues. Das meiste ist, glaube ich, schon damit gesagt. Aber es ist ja auch nur ein DLC für, ich glaube, 5 Euro oder so. Und dafür noch so ein paar Features rein, finde ich das schon fair. Ähm, die nächsten DLCs wären dann noch Dragonborn, also Drachenblut oder ähm, Dawnguard, glaube ich. Oder? Muss mal schauen, ich glaube. In einem kann man halt, äh, Wehrwolf oder Vampir noch werden und skillen und und muss dann gegen Vampirlord antreten oder sowas. Und bei dem anderen kriegt man noch ein paar neue Gebiete dazu. Und ein paar mehr Quests und ein bisschen wird die Story dann verändert. Was ich mir auf jeden Fall holen werde. Das dauert aber noch ein bisschen. Wie gesagt, das ist hier nur so kleine Lückenfülle, so ein kleines Spaßprojekt von mir jetzt. Und ich werde es dann nach und nach nur machen. Äh, das nächste wird dann sein, wahrscheinlich die Mod für die Hauptquest. Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Jaja. Tschüssi. Ähm, eine Mod für die Hauptquest, sodass dann die finale Entscheidung im Prinzip anders verlaufen kann, als man es eigentlich machen muss. Ich weiß nicht, ob das schon reingepatcht wurde. Das müsste ich dann nochmal nachlesen. Ansonsten werde ich viel auch mit Hilfe vom Wiki lösen. Was die da auch machen, ist übrigens ganz große Arbeit. Also wenn ihr da irgendwie was wissen wollt, über Skyrim, über die Geschichte von Allgemeinen Himmelsrand oder, ähm, ja, den Bürgerkrieg hier oder alles mögliche an Nebeninformationen. Hä? Der ist nicht fort. Am nächsten liegt Flusswein. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Rennt einfach weiter. Tschüssi. Wir sehen uns dann irgendwann mal. So. Dieses Ganze. Voll nervig. Diese, diese ganzen, ähm, ähm, Kabel bei mir. So. Ja, das war im Prinzip die, äh, die Intro-Quest sozusagen. Das Tutorial, was uns so ein bisschen näher bringen sollte. Ah, okay, so funktioniert das Spiel. Krass, dann da oben direkt... Ähm, da oben direkt... Das erste... Ähm... Hügelgrab ist das ja. Oder die, die erste unterirdische Festung. Die wurden ja teilweise unterschiedlich genutzt hier in Himmelsrand. Skyrim übrigens auch... Also heißt ja übersetzt Himmelsrand. Also deswegen auch der Titel, ne. Beziehungsweise die einzelnen Titel, äh, von Elder Scrolls sind ja alle nach den Gebieten benannt. Außer Oblivion. Obwohl das auch irgendwie ja als Teilgebiet zählen kann. Bei Oblivion geht's ja vor allen Dingen um diese Zwischenwelt. Diese Götter- und Dämonenwelt. Die dann irgendwie versucht, in die, äh, irdische Welt einzutauchen. Und das irgendwie zu übernehmen. So viele schöne Blumen, die ich sammeln kann. So. Schneebeeren sind ganz wichtig. Für später. Damit können wir nämlich, glaube ich, soweit ich weiß, ähm, Verzauberung oder Schmiedekunst verstärken. Was uns dann epische Waffen craften lässt. Ah, scheiße. Ich hab natürlich noch keine Spitzhacker. Ja, und so sieht ein Tag in Himmelsrand aus. Guck mal, ein Fuchs. Ich werde übrigens, äh, also, ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon so klar geworden ist in den letzten Folgen. Ich werde das immer nur so, so ein bisschen, nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, lieber Fuchs. Bleib hier. Ja. Ich werde, äh, Skyrim immer nur so ein bisschen als Lückenfüller benutzen. Beziehungsweise da jetzt, ja zur Zeit grad nichts auf meinem Kanal passiert, hab ich jetzt gedacht, hab ich den jetzt nicht erwischt. Wo ist denn hin? Renn nicht weg, mein Fuchs. Ich brauche deinen Pelz. Bleib doch mal hier. Junge. Dieser Akrofuchs, ne? Joa. Ähm, ich hatte zur Zeit ein paar Probleme mit, äh, ich kann es ja jetzt mittlerweile sagen, ich war bei Mediakraft oder beziehungsweise hab versucht da mal irgendwie ein Netzwerk meiner Wahl zu finden, aber Leute, Mediakraft unterstützt eigentlich irgendwie gar nicht. Also jedenfalls nicht so, wie man es erwartet von dem Netzwerk. Die mir dann auch teilweise verboten haben, Videos hochzuladen, weil ich sie hätte nicht monetarisieren können, was ein bisschen blöd ist. Joa, und stattdessen habe ich dann gesagt, okay, leckt mich, gehe raus und mache mein eigenes Ding weiter, weil es ja bisher eigentlich ganz auch gut so geklappt hat. So, und dann stattdessen lade ich dann halt Sachen hoch, die ich dann eben nicht monetarisieren kann, wie zum Beispiel Tropico, wegen der Musik. Und die nächsten Tropico-Folgen kommen dann wahrscheinlich auch in Kürze. Da habe ich auch von Kalypse noch so ein paar Tipps bekommen. Ah, Pilze. Hallo. Gut. Und du noch? Hä? Wann kann ich die? Ich will die sammeln! Naja, dann halt nicht. Joa, habe ich von Kalypse ein paar Tipps bekommen, wie ich dann wahrscheinlich die Mini-Ruckler rauskriege. Mal schauen. Ich glaube, ich werde mir auch noch für die nächsten Aufnahmen eventuell eine Shader-Mod zulegen, so dass das Ganze ein bisschen hübscher aussieht. Was ist das? Eisen. Ich brauche unbedingt eine Spitzhacke. Wir können ja mal auf die Karte gucken. Weltkarte, okay. Wow, ich bin ja schon in Flusswald direkt. Na gut, dann gehen wir erst mal nach Flusswald und kümmern uns, also gehen dann von da aus nochmal zurück. Krass, da bin ich schon in Flusswald gelandet. Ich glaube, ich bin hier auch noch nie von oben reingeschlittert. Oh, da bin ich gestolpert. So, und damit hätten wir Flusswald entdeckt. Boah, die Textur muss erst mal nachladen. krass, wie schimmelig das aussieht. Ich lasse die Zeitladung nach. Was ist denn los? Gehen wir mal in die Karte rein und gehen nochmal zurück. Ist das ein Bug? Tja, ich sagte ja, das Spiel macht teilweise Probleme. Egal, schau wir halt in die Richtung, wo die Texturen geladen sind. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auch in der nächsten Aufnahmesession, was ja dann auch wahrscheinlich die nächste Folge sein wird. Die Folgen werden jetzt eventuell ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Mal sehen, wie ich die schneide. Und dann hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann wahrscheinlich sehen wir uns vorher schon. So, Auge in Auge. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr genießt noch eine schöne Zeit und, Vielen Dank.